Hi Leute, heute mal geht es um einen Akku der mir etwas geschmolzen ist, ich habe wohl nicht aufgepasst, hatte ich ja versehentlich einen Kurzschluss gemacht, der war voll aufgeladen aber schon seit über einem Tag, so ein 200mAh Akku und der ist da etwas, er ist heiß geworden ich habe ihn dann gleich unter dem Wasserhahn, aber der ist jetzt hier, man merkt es etwas sehr geschmolzen und ich werde ihn jetzt mal zerlegen und mal gucken was da drin ist, aber es scheint sind da Zeilen drin, aber mal schauen, erst mal die Folie ab, erst mal die Folie ab machen, ups, dass ich die Folie mal abklicke, ist aber echt stabil, mal die Folie ab, und mal gucken, der ist noch nass weil ich hier eine Masse hatte, hier ist ein Nickel Metallhydrid-Akku, den kann man schon ins Wasser tun, jetzt mal gucken was da, was da passiert ist und warum der geschmolzen ist, ah der ist hier noch komplett in Kunststoff, da müsste ich jetzt Kunststoff irgendwie aufkriegen, Moment, okay jetzt habe ich den mal auf, mal mal gucken was da drin ist und wie es da ausschaut, oh, da schaut es aber aus drin, wir versuchen die Zeilen raus zu bekommen, die sind ja so kleine Zeilen, oh oh, die sind aber sehr fest drin, also ich hatte den ja mit Wasser geflutet, ups, eine ist schon ab und dadurch dass das Gehäuse nicht so deformiert ist, ist es echt schwer aber ich versuche den mal aufzukriegen. So, jetzt habe ich ihn draußen, wenn das Gehäuse nicht so deformiert wäre, würde es leichter gehen, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zellen, ich denke 7 mal die 1,2 Volt, ja 7 Zellen sind in dem 9 Volt Block Akku, drauf stehen tut nichts aber man merkt die sind ja richtig heiß geworden, hier die unterste ist noch kühl geblieben schätze ich, 7,1,2 Volt Zellen nacheinander, ich habe nur gehört dass die Zellen irgendwie gegast haben, die sind aber nur kurz geschlossen worden, nicht mehr und nicht weniger, normal schon erstaunlich ist das so eine kleine Zelle, dass das 200 mAh sind in einer kleinen Zelle, ist schon enorm, was bei Nickel-Metallhydrid jetzt auch mittlerweile schon an Kapazität reingeht und die eigene Ladung hat dazu gereicht, dass die so heiß geworden sind. Und 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 und